Für meinen Ausgleich ist mir die Natur sehr wichtig. Sei es im eigenen Garten, beim Laufen, Wandern oder Skaten. Ich bin schon zu Abend aufgewachsen und kenne darum auch die einen oder anderen Leute. Nicht zuletzt wegen meinen Eltern und Grosseltern, die immer noch hier leben. Hier zu Hause sind auch meine Firmenkunden. Für mich ist die Verbindung zu der Region so wichtig. Firmenkunden haben sehr unterschiedliche Situationen und Bedürfnisse. Das fordert viel Know-how, Erfahrung und Flexibilität. Das macht meinen Beruf als Beraterin für Firmenkunden aber auch so spannend und abwechslungsreich. Darum freue ich mich, wenn ich auch Sie hier in Rockwil begrüssen darf, in einem der drei Standorten der Eiflise Region Arbon.